Was passieren in dieser Folge? Okay, warte, komm mal näher. Ja? Okay, also ich hab dich mit einem Finger kommen lassen, was denkst du, ich meine ganze Hand machen kann? Drück mal kurz STRG und W, dann müsste ich die Kamera wieder dingsbumsen. Was sag ich doch? STRG und W zusammen. Da stimmt irgendwas nicht. Aber weißt du, was stimmt? Substanz zwischen uns. Ich sag das. Yo, 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 meine aktiven Freunde. Ich bin heute als Cowboy unterwegs. Denn wisst ihr auch warum? Wisst ihr, was Cowboys machen? Ganz genau. Cool sein. Na, wir lassen das lieber. David, Leute, was geht's? Willkommen zu diesem Moin Moin TV. Ich hab mich hübsch gemacht. Das bin ich sowieso immer. Ich meine, ich brauch mich eigentlich gar nicht hübsch machen, weil... Wie wir alle wissen, bin ich immer hübsch. Ja. Ja. Jedenfalls, wir sind wieder Foin TV und wir machen wieder Ramba, Zamba, Boom, Shagalaka. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaub, ich brauch nicht so viel labern. Wenn ihr ein neues seid, lasst ein Like mit einem Abo da, wenn ihr auch zu der Cowboy Gang dazugehören wollt. Und ansonsten geht's jetzt los mit dem absolut geilen Video, was wie immer cool ist. Und deswegen, Leute, jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey. Hi. Hey. Schön, dich zu sehen. Ja, ich freu mich auch. Pass auf. Ähm, ich bin hier, um dir was mitzuteilen. Beziehungsweise, ich hab ein Angebot für dich so, ne? Was schätzt du davon, wenn wir zu Shagal losziehen? Du kennst doch Power Raid, ne? Das Getränk kennst du safe, ne? Mhm. Was schätzt du davon, wenn wir losziehen? Uns beide Power Raid holen? Du blau, ich rot. Und dann melden sich die Leute danach, warum unsere Strong-Lila sind und so. Ja, find ich okay. Ja? Ist das sowas wie ein Ja? Sind wir so, jetzt haben wir jetzt ein Date so? Oder? Ähm, ja. Ja? Ja, aber gut. Hey, das ist ja perfekt. In welchem Bundesland kommst du? Ähm, Deutschland, du. Bundesland. Berlin. Ich kenn mich nicht aus, wenn mich jemand nach einem Bundesland fragt, dann sag ich immer Deutschland oder Berlin, weil ich mich da nicht auskenne. Du weißt, egal. Wie viel Einwohner hat Deutschland nochmal? Eine Million. Drei Millionen? Also, ich denk so viel, dass du in der Schule gut aufgepasst hast. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich weiß. Danke. Ja, Mann. Ey, voilà. Ich schwör auf alles. Du zwei skippst, war ein Mädchen, hat denselben Stuhl wie du und hatte dieselben Scheiß-Ohren darüber. Ja, der ist ja nicht allzu unbeliebt. Kannst du mal ganz kurz Dings refreshen? In der Cam es die Rocket hat. Drück mal kurz STRG W, dann müsste die Kamera wieder Dings bumsen. Was soll ich durch? STRG W und links, ganz links die Taste, STRG und W zusammen. Nein. Und du musst jetzt mit singen. Machen jetzt Karaoke. Hallo, du musst mitsingen. Okay, mach mal. Bei drei, okay? Ein, zwei, drei. Guma Lala, queura, 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 queura. Ey, also ich bin ganz ehrlich, wir sollten so Tanzauftritte auf der Bühne machen, so wisst ihr, und so vorsingen, ne? Wärt ihr dabei so? Also ich sag ehrlich, das wäre schon so eine gute Idee, ne? Wir sind so zusammen auf der Bühne, so als Dreierteam, das wäre schon so eine gute Idee. Ah, wir müssen so Spongebob-Kostüme anziehen, meinst du? Meinst du, damit man unsere Hässlichkeit nicht so sieht? Jo. Aber besser ist es besser, wenn wir alle drei hässlich sind. Besser ist, wenn nur einer hässlich ist, weißt du? Lass es. Aber nein, Spaß ist halt beide wunderschön. Ja, ja, ey, 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 yes, what's up? Englisch. I'm looking for you, yes, that's right, I'm looking for you. Du gehst mir seit Tagen durch den Kopf, ich sag dir ehrlich. Ja. Ja, cool, wer alt bin ich? 13. Habe ich recht? Nein. Sei ehrlich, es ist die Stimme, sei ehrlich so, ne? Ja, du willst noch nicht in Stimmen drauf. Ja, wer das mit der Stimme nicht so, wer würdest du mich dann schätzen? 15. Warte mal, ich hab was vorbereitet für dich, okay? Also, wenn du wirklich sagst, ey, das war jetzt ne 10 von 10, dann gehen wir auf ein Date, okay? Okay. Pass auf. Hey, Puppe, geh mal auf die Suppe, aber na, bist eh schon so bläht, geh mal auf insalate. Darf ich kurz nen Anmachspruch wegen? Ja? Aber ich muss erst wissen, wie alt du bist, was uns tut. Also erstens, Alter spielt keine Rolle und ich glaub, ich bin alt genug, sag mal so. Okay, warte, komm mal näher. Ja? Okay, also ich hab dich mit einem Finger kommen lassen, was denkst du ich von der ganzen Hand machen kann. Ja, jetzt zum Abschluss kannst du mir gerne noch ein Insta geben, so zum Verabreden wegen Dates, so wie ist das? Kann ich's machen. Ah, Insta hab ich sogar bekommen, das läuft ja voll. Also, wann treffen wir uns so auf Date? Ich würd sagen, nächstes Jahr. Was heißt denn ja nächstes Jahr? Weil ich übern andere im Auge hab. Wallah, Krise, allen hilfst du wie nur, aber selbst bleibst du liegen. Finde ich cool so mit den Ohren, das ist mir direkt sympathisch. Ich glaube, da können wir direkt ins Geschäft. Also ist es echt hier gerade? Vermutlich nicht, deswegen skippe ich auch. Und ich hab dich hops genommen. Nein, aber manchmal, weißt du, manchmal, ich bin mir was reingeworfen. Ich meine, manchmal, Ome macht manchmal so Autos. Kennst du das, wenn du einfach so im Gespräch bist, Ome einfach von selbst skippt, hast du das auch manchmal? Ja. Das ist einfach so abfuckbar, Ome. Ich sag dir ehrlich, manchmal ist das einfach nervig so, aber... Was hab ich hier gemacht? Scheiße. Ich glaube, der Fettsack hat vergessen, dass sein Ventilator noch an ist. Wie geht's dir? Was machst du so? Hä? Hab ich irgendwas geschrottet? Hä, Leute, du warst kurz weg. Du warst bei mir auch kurz weg, bisschen lang weg. Hä, brav, du warst bei mir die ganze Zeit geladen, Digga. Hä, du warst bei mir auch. Ach, Digga, Schmutz, Ome. Der Typ ist ja richtig lustig. No cap. Wir sind zwar keine Socken, aber ich find, wir wären schon so ein gutes Paar. Schon, ja. Schon? Der Spruch gefällt mir. Schon? Meinst du, dass das bitte fit gehen so? Ich weiß, wie alt du bist. Wie alt schätzt du mich? Auch so 15, 14. Es liegt an der Stimme, sei ehrlich. Ja, komm, du hast eine süße Stimme. Hm, cool. Ja, eine süße Stimme. Ja, das ist, ja, okay. Ja, hm. Ich weiß nicht, bei so einer neuen Beziehung muss man ein bisschen aufpassen, so. Ist es da okay, wenn für den Anfang, wenn ich dich da heute Nacht zur Beobachtung erstmal bei mir behalte? Ist vollkommen okay. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Weil ich muss ja erstmal so eine Ganzkörperdurchsuchung durchführen, weil, wie gesagt, man muss halt schon so ein bisschen aufpassen, gell? Nicht, dass da irgendwo so, du weißt, wie die Sicherheitsmaßnahmen so sind, ne? Nehme ich mal an. Ja, ja. Ja, ja, super, super cool, ey. I'm gonna take my heart to the world. Werd bist du? Stopp! Ja, was ist los? Werd bist du? Ich kenn dich. Aber ich dich nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Aber weißt du, was stimmt? Die Substanz zwischen uns. Aha. Ich sag doch. Clean. Clean, Mann, Motherfucker, Alter. Aber weißt du, was jetzt noch fehlt? Dein neuer Nachname. Ne. Ne, der ess ich nicht. Ne? Was denn dann? Weiß ich nicht. Wenn es nicht der Nachname ist, was ist es dann? Ja, verschieden, ne. Ich hab 13 gesagt. Ja, aber dich hat niemand gefragt. Ja, okay. Ist mir so egal. Jetzt wissen du. Die ist mir so sympathisch. Ich sag dir ehrlich, ich brech mit dir Kontakt. Ich nehm die da drüben. Hallo. Hallo, nein. Ich hab, ich red mit dir da. Mit, mit, hallo. Ach so. Geht super. Nein, natürlich sehr gut. Ey, das freut mich. Man, man sagt ja, Döner macht schöner so, ne? Frag mich einfach gerade, wie viel Döner du gegessen hast. Ne, der war nicht gut. Ich sag doch, der Typ bekommt nix auf die Reihe. Ähm, wie war dein Insta nochmal? Ah, so, ja, warte. Ja, perfekt. Ey, ähm, ich hab heute zufällig aber heute Abend noch gar nix vor, so. Warst du frei heute Abend, Montan? Ja, woher kommst du? Komm, okay. Bitte enttäusch mich jetzt nicht. Aus welchem Bundesland kommst du, bitte? Ich komm aus dem Bundesland, wo jeder Herr auch kommt, ja. NRW? Ja. Pech gehabt. Komm erst mal, Stimmbruch, du Opfer. Ach, du Kacke. Aber das ist doch diese Pornodarstellerin. Wer? Den Lieder. In so einem Video. Ist das eine Pornodarstellerin? Ja. For real? Hä, woher kennst du die? Ja. Die kannte ja nicht mal ich, Digga. Wie heißt die? Also ich frage für einen Kollegen. Wie heißt? Nee, ich frage nur für einen Kollegen, der fragt manchmal. Deswegen so, wie heißt die nochmal? Wie alt bist du? Ich bin 16. Wie alt bin ich? 13. Was unterscheidet uns so stark zwischen einem? Das Alter. Ja, okay. Was verneigt es dazu, drei Jahre jünger als dich zu schätzen? Stimme. Leichte Beute, sind wir auf unserem Weg für den Teufel. Aber egal, Alter spielt keine Rolle, von daher. Pass auf, ich hab hier extra was vorbereitet, okay? Und was willst du dir jetzt aufsagen? Warte. Warte. Du bist nett. Wegen dem gibt's WhatsApp. Sonst wischst du fett. Also lass zusammen ins Bett. Da kann man doch schlecht nein sagen, oder? Man weiß nicht, ne? Wie, man weiß nicht. Also für mich gibt's ja noch ein deutliches Ja oder Nein? Beziehungsweise für mich gibt's ja eher mehr so nur ein deutliches Ja, aber... Hey, ich hab ne kurze Frage. Ich schreib morgen Englisch, äh, Vokabelarbeit, ne? Safe, du machst ja auch oft das nämlich mal an so. Kannst du mir kurz weiterhelfen? Ich muss nämlich hier noch Vokabeln abschreiben. Was hieß denn nochmal, äh, hier, äh, Datum auf Englisch? Date. Nice, wann und wo? Ich bin dabei. Hey, da seh ich mich doch. Ich bin so schlecht in Englisch, Alter. Warum geht das jetzt nicht? Scheiße. Warte. Warte, ich übernehme den Part für dich. Warte. Ja, jetzt sind wir drin. Da seh ich mich doch. Ich will nichts sagen, aber... Ey, jetzt nicht böse gemeint so, gell? Das brauchte jetzt nicht unangenehm sein, aber kann sein, dass du... Ah, wie soll ich das jetzt sagen? Dass du ein bisschen stinkst. Aber ich stink. Ja, also alles gut. Wir können zusammen duschen gehen und dann ist es wieder... Also gerade kann sein... Also meinst du, man muss wieder so zeitnah mal duschen gehen? Ja, ja, safe, oder? Weil ich stink nämlich auch gerade und deswegen... Bist du auf Handy oder so? Ja, ich bin auf Handy. Nein, darauf falle ich nicht rein. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. Drei Tage später. Drei Uhr achtundzwanzig nachts. Drei Wochen später. Viele Monate später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Sie fällt nicht aufbrechend. Minum am Anfang. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.